hallo allerseits wie immer viel zu spät aber ihr wisst ja wie das ist ja bei diesem türchen habe ich eine aktion vor mit euch für mich ja es muss ja auch mal um mich gehen nein ernsthaft das wäre wirklich schön gerade solange mein kanal noch da ist nein das hat mit lily nichts zu tun die liegt einfach nur hier hallo die die na gut also das buch kennen die einen oder anderen von euch der ein oder andere von euch vielleicht schon das habe ich mal vorgestellt als um den gamescom thread vor wann war das denn gamescom 2012 ging ja dieses büchlein wollte ich ähnlich wie so ein konhorn ich mag den ausdruck nicht weil das so ein ausdruck von kreischenden animex kids ist und die finde ich doof sei es drum da ging es also darum dass die leute die ich dort treffe von euch da rein schreiben können aber irgendwie habe ich nie geschafft jemanden zu treffen außer den leuten mit denen ich sowieso verabredet war deswegen habe ich mir gedacht da das sowieso nie klappt wir machen eine liste und schicken dieses buch herum sprich der erste auf der liste bekommt das buch von mir schickt es an den zweiten auf der liste und so weiter und am ende kommt es wieder zu mir zurück wer book crossing kennt weiß das vielleicht unter dem namen book ring ja das wäre natürlich porto auf euro kosten und ihr müsstet die adressen rausrücken die würde aber das dafür würde ich natürlich sorgen nur jeweils der bekommen der das ganze an euch schicken muss also nicht jeder kriegt alle adressen nein immer nur die betreffende person um die es geht hat natürlich ein bisschen was mit vertrauen zu tun theoretisch könnt ihr natürlich wenn ihr mögt das auch einfach an mich zurückschicken und ich schicke es dann an den nächsten weiter macht das ganze aber sehr umständlich und dauert länger aber das wäre eure entscheidung könnte ich auch mit leben weil porto kriege ich doch irgendwie immer noch zusammen wenn ich halt sehr schön weil noch ist das buch ziemlich leer ja hier ist übrigens die rückseite vorne natürlich ihr wisst schon ja es ginge also darum dass ihr ihr habt hier zwei seiten und dann könnt ihr entweder auf der nächsten was machen oder wenn jemand auf beiden seiten was gemacht hat dass ihr durchdrückt eine seite freilassen und dann die nächste doppelseite nehmen also ihr könnt euch platz lassen das buch ist dick und jedes mal wenn ihr was zeichnet ein blatt drunter legen damit es nicht noch auf die nächste seite durchdrückt das sind auch schon alle regeln und natürlich liebe leute bleibt sauber bitte nichts explizit nicht jugendfreies hinein zeichnen ja wie gesagt bisher ist das buch ziemlich leer das ist übrigens sehr süß aber mir hier ist noch mal rei ja ich fände es auf jeden fall sehr cool wenn das klappen würde und wir das büchlein einfach nach und nach füllen ja ich würde natürlich gerne das ganze möglichst schnell beginnen wenn ihr also sagt ich habe da kein problem mit ich möchte sofort mit machen dann schreibt mir eine pn das geht auf über meinen kanal und dann informationen glaube ich und dann ist ganz unten nachricht senden da könnt ihr das tun schickt mir eure adresse und schreibt dazu ob ihr auf die liste wollt oder ob jetzt an mich zurückschicken wollt und dann geht das nicht schnell porto 1 45 würde ich sagen obwohl es vielleicht ein bisschen zu dick geht aber auch ein euro als büchersendung weg dann dürfte er muss der umschlag aber offen bleiben und mit klemmen verschlossen werden aber ihr könnt den umschlag den ich euch schicke hier einfach weiter verwenden indem ihr einfach vorne ein anderes etikett drauf klebt ich habe hier umschläge die sind bestimmt schon 20 mal verschickt worden aber die dinger sind ziemlich stabil ja das ist also meine idee wenn ihr jetzt sagt das ist doof dann ist das schade aber dann machen vielleicht andere leute mit und es wäre einfach richtig cool wenn das ganze schön gefüllt wird und auch jetzt kann ich noch mal lili zeigen ich kann nicht immer dieses buch zeigen wobei es ist lion drauf den kann man eigentlich immer zeigen hey mausi so ein kleck jetzt so ein gelbstich je nachdem wie das licht fällt ne noch und die ist so süß ne komm her guckt sie euch an diese winzigen beinchen wie kann die damit laufen ach ich bin lili so lili macht jetzt werbung für dieses buch und sagt los los macht das ja das ist jetzt einmal nur ein bisschen zeit tot zu schlagen denn eine viertel stunde kann ich immerhin machen und jetzt ist der akku leer deswegen haben wir kein licht mehr okay das wäre vielleicht doch ein zeichen sehr hübsch und du hast schon wieder kruste an den augen schatz die müssen wir gleich weg machen okay das ist glaube ich das zeichen dass ich jetzt aufhören sollte und ja wie gesagt wenn ihr bock habt schreibt in die kommentare ich will mitmachen oder wenn ihr euch sofort entscheiden wollt dann schreibt mir eine pn und ich lege dann die liste so fest dass vielleicht orte die nah aneinander sind eher dran sind weil dann kann man das zur not persönlich übergeben oder es dauert einfach nicht so lange bis es ankommt außerdem ja die liste an sich könnt ihr jederzeit einsteigen das muss also ihr müsst euch jetzt nicht schnell entscheiden aber über die weihnachtsferien könnte ich dann einfach schon mal anfangen diese liste zu erstellen also vielen dank fürs zu sehen und das war das 17 törchen bisschen unkreativ tut mir leid und auch da ist noch mal der herr bubue herr bubue kommen sie mal her hallo schnuderbacke da die leute wollen nicht sehen deine fans mehr fans als ich deine fotos kriegen nämlich bei facebook immer die meisten likes und das total unscharf gerade schnucke herr bubue hallo ja so das muss reichen also bis morgen da guckt noch mal lili und ärgert sich über den buch und ich kitzel die jetzt und gleich haut sie mich sie ist so niedlich okay 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 ich höre schon auf ich bin gemein okay ich Vielen Dank.